Ich wollte gerne eine Verbindung schaffen zwischen Kunst und Nahrungsmittel, weil ich bin der Meinung, dass beides wichtig ist für unser Leben. Das wird für manch einer als befremdlich empfinden. Für mich ist es ein Selbstverständnis. Die Kunst hat für uns seit tausenden von Jahren eine feste, es ist ein fester Bestandteil unseres Lebens gewesen. Parallel die Ernährung sowieso. Beides kann man immer wieder finden. Ich brauche die Kunst zur Inspiration und ich brauche die Lebensmittel zur Erhaltung. Sowohl das eine ist lebensnotwendig wie auch das andere. Ohne Inspiration fehlt mir der Antrieb. Und ohne Lebensmittel fehlt mir die Körpersubstanz. Dass wir das in unseren privaten Räumen haben, das ist wunderschön. Und das wechselt alle fünf Wochen. Alle fünf Wochen sind hier andere Sachen, andere Künstler drin mit ihren Werken. Wir haben das hier in der kleinen Galerie sowie auch in der Eisdiele immer unterschiedliche Künstler, die das machen. Und das wunderbar.